Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man ein einfaches Corona Cluster Tagebuch in drei Schritten anlegt. Erster Schritt, Alarm auf eine Zeit am Abend stellen, wenn man ca. 20 Sekunden Zeit hat. Jeden Tag wiederholen. Fertig. Zweiter Schritt, WhatsApp öffnen und eine neue Nachricht an sich selbst schicken. Dritter Schritt, Sprachnachricht an sich selbst schicken, wenn man im Kontakt mit jemandem gewesen ist. Heute den ganzen Tag zu Hause gewesen, zwischendurch um zwölf Mal einkaufen gewesen, die ganze Zeit Maske getragen, einzige Person, die keine Maske anhatte, im Supermarkt getroffen. Fertig.